ja vielleicht einmal vom bruder aus trocken da kann ja 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 deine fährte um 180 grad eine flash oder nicht erfahren wir wieder drei waffen weil die haben wir gebraucht am bus und lass mir die erste gleich da kann ich ein stacken vorne ist viel netter habe ich schon bei der gold noch mehr so m84 los das war schon gezogen aber ich bin hin gespawnt deine mutter jungen deswegen war ich auch gerade am lieben weiß doch drauf ich habe die weg geballert was ich weg wollen wollte rennt von vorne an der seite hin und hol die um weg wir werden einfach nur penetriert junge ich werde auch penetriert wir wollen mich dafür freuen ich nicht okay ich komm ein fack auf irgendwas schießen auf mich ich habe doch ein gegner ich habe es dass ich einfach durch den pk durchlaufen kann ich habe mein fleisch zum spaß das mache ich auch mal gas was macht denn hier kommt hier vor oder was macht ihr da hinten naja hier ne schöner so erst weil alle gegner töten woher oben weil alle gegner töten musst du sonst wenn du nach vorne rechts als medik durchbratst was glaubst du was du da anrichten kannst junger ist mir scheiß egal meine an der tür sind weg ja ja so schön schön das schöne ist ein headshot von der zenith zu bekommen finde ich auch sehr schön da ist checkpoint gern mal rein machen das ist typisch rennen ich bin so tot ich hab die gerade noch gehielt sehr gütiger mit genau zweite gas das deckt sich ja ne ich weiß es nicht keine ahnung ich glaube das deckt sich ich weiß nur dass ich nix mehr sehe ich muss nix sehen gas kann hatten machen alle schon wir sehen ist übergewertet so jetzt kommt molotov du hast da kann ich nicht mal nachladen rechts von dir hinter dir ben ist einer er ist durch granata da ist schon wieder einer durch schild schild durch die wird's tode geputzt werden naja kommt ein mammut das kam das kam drop gleich mole unten hin und alles alter gasgranate hinten links zeck rein oben muss noch was sein oder nein ich war oben ich hab alles weg gemacht naja mann was seid ihr für ein medic da ist kein checkpoint doch da ist ein checkpoint wo ist mein pilz mein pilz mein pilz in den beiden ich hab keinen hier drüben ben hat ihn schon ich bin pilz oder das hier nicht nö ne ich erwähne ah der war wahrscheinlich auf der anderen ecke wo er nicht gesehen hat ne weil vorbeigelaufen ist totenwinkel ja wir als medic bleiben wir hier rechts rüber oder trotz mal durch und ben macht geradeaus die flanke ich mache hier ich mache mal hier mach die anderen zwei drei ich mache hier den sport gut geh vorne rüber einmal durch 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 scheiß auf die die abgewichste timing kacke ne ne renn du wieder vorn zur anderen tür ich muss nur einen von den beiden spec ups holen und dann geht die tür auf sobald beide tot sind ich wurde zu tode geboxt ja renn 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 ben verschwendet schon wieder unsere zeit und hier ist ja nicht mein regroup und ich verliere ich verliere jetzt dann wieder am boss die connection weil das game hoogensohn ist aber ben ist das beste wenn du vorne bleibst zum wegpratzen meine meinung vorne bleiben ja hier vorne gleich an den stairs runter weil du mehr offene fläche hast zum töten hier ja also hier oder was ja ja hier ist irgendwie sehr wenig flasht hier mal einmal zack und ne granate zu mir fuck you medic ist hinter dir balladour ich bin zu sim also zum schieße rein glaub dich let's go jetzt hab ich dich nicht mehr ich mach hier vorne gleich weg hm nochmal aufpassen geht da eine fläche mein spawn point du huchensohn nein mein spawn point und du auch da hm natürlich hinter dir da let's go und ne fläche raus Oh nö. Ich habe jetzt so leid gespät realisiert, dass der Kamate ist. Oh man. Hat das Schild mal weggemacht. Die Schilder sind so geil. Die brauchst du auch nicht töten. Die sind geil. Jetzt sind wir schon besser an der Zeit. Jetzt sind wir eine Minute starker. Oh mein Gott. Eine ganze Minute. Flash mal vor. Mach die Tür wieder weg. Machst du René, dann gehe ich weg. Oh nein, mache ich. Tür kommt nichts mehr. Gott, die Schläge. Gott, oh Gott. Ich komme auch rechts die in der Tür weg. Ich versche durch. Zehn Minuten. Nicht schlecht, man. Nicht schlecht. Jetzt sind wir echt gut auf dem Weg. Drei Waffen wieder sammeln. Und lasse mich den ganz vorne hinstacken bei der Tür. Das ist viel netter. Diesmal coin nicht, wenn du stirbst. Danke. Ja. Haben wir da auch hingekriegt. Auch noch gerade so. Ben hat Spaß mit Gas. Bin halt deutsch, ne? Ja, ich bin Österreicher. Ja, noch viel besser. Gut. Wart mal die Wichser weg. Auf geht's. Ich nehme. Dann nimm doch. Nimm mir den Boss. Geh weg, ich nehme den Boss. Geh weg. Nimm ihn dir doch. Mit, du Wichser. Ich habe nur noch Trihados. Brauche ich einen. Brauche ich Support. Ich brauche einen Gegner. Da ist wieder ein Gegner. Schießt auf mich. Töte den. Rechts. Den leider nicht. Ich bin 1 HP, Alter. Ist weg. Der Boss ist perfekt gestackt. Ja, du musst nur von der Seite hingehen. Aber wer schießt? Geh ganz ran. Geh ganz ran. Ich schieße als erstes. Drei, zwei, eins. Bam, gib ihm. Ja, er geht nicht weg, ne? Ja, wir haben für drei Plätze hier. Schieß drauf. Da wäre für drei Leute Platz, Mann. Er schießt. Ja, du das. Sorry. Aber weggekriegt. Geilster Spot, den zu stacken. Du musst nur, alle drei müssen ganz dran sein. I don't know. Der kam aus, weil du hast ihn von hinten, ich hatte ihn von vorne und Ben hätte in die Mitte hin müssen. Da hat mir niemand gesagt. Ja, ich habe doch gesagt, alle ganz ran. Aber ist egal. Das nächste Mal. Aber geiler Spot, ne? Weniger, weniger Gegner, weniger alles. Viel netter. Weiß ich nicht. Doch, vorhin sind wir auf dem Feld gewesen, war richtig ruhig und ohne. So weiß ich nicht mehr. Ich mach gleich die zwei in der Mitte beim Auto weg. Ich flasche nach vorne, das ist gut da. Vorne, rechts, oder? Gut, Ben links, ich Mitte über die Tür drüber. Vielleicht kommt direkt, wenn du durch die Tür gehst. Ich schmeiß auch einer. Ich droppe nach dir, sonst ist er für den Arsch. Vielleicht kommt. Jo, die ficken mich komplett. Okay. Wissen Sie auch. Wo spawn ich denn? Da hinten drin, oder was? Ja, bei mir auch. Jo. Wenn vorne aktiviert wurde, wenn vorne aktiviert wurde, Hass und Dingens. Direkt Flasht mit der APG nicht schießt. Flasht draußen. Molotov hinterher, Gasgranate hinterher, gib ihm. Vergas diese Wichser. Ich bin leider tot. Revive ihn. Aktiviere. Unter 15, Bruder. Geile Zeit, Mann. 14. Reinspringen, Hopp. Mit Sprint. Die 2 Sekunden, was er gesellt wurde. Natürlich. Eine ganze Minute, Mann. Da waren hier bei 15 irgendwas. Ja, wir waren bei 15,5. Jetzt sind wir bei 14,4 gewesen. 1,01. Asterisch. Und eine Minute, fast. Und eine Minute, fast. Durchschnittliche Score Multiplivers, wir haben 4,292. Das ist doch gut. Ja, kann mich nicht beschweren. Ist doch eh durchschnittlich das, was am Scoreboard steht, oder nicht? Ja. Hat man mir zu uns Gadgety-Type auf Steam geschrieben, was will der? Kommt zur Tür, dann geht's schneller, Mann. Gehen nur Sekunden da hinten. René, komm ran. Geht weiter. Ich will auch mal, Alter. Ren, du Hund. Ren, globale Erdwärmung. Ren. Auf die Schnauze. Guck rechte Seite, ein bisschen. Wie der durchkommt, ne? Rein mit der Shotgun. Ich schieße rechts rein. Du hau links drauf. Gib ihm. Bruh. Oh. Mich hat wer geändert, der was für mein Steam-Review über Warface gesehen hat. Aua. Revived. Ich hab revived, aber ich hack'n hier. So muss das doch. Was macht das denn? Den juckt das, Mensch. So, ja, ich hab' gesagt, chill' doch, naja, könntest doch zu zweit händeln, Alter. Soll ich die Händchen halt auch nur so dummisch wuchte? Ja, Lutsch, mein Dick, Mann, du kleiner Wichser. Meine Fresse, kannst du ein paar Cyborgs nicht händeln, oder was, Alter? Ja, zwei zu viele. Wie tust du denn mit den ganzen Koks, wie hast du händelst, Alter? Schau dich mal, du Penis, sonst bist du tot. Dann halt' ich auch mal. Meine Fresse, Alter. Konzentrier' dich doch mal, du Wichsfimmel, ey. Unglaublich. Genau, es ist bald Haller und kein Mars Hard. Mars Hard ist scheiße, Mars Hard ist ein Set, das Set ist Krippel. Ja, gut, genau. Hinter dir, 50.000, da stimmt. Boah, bringt nix. Was juckt's mich? Ich wollte ja einfach nur sterben sehen. Ich krieg das verkackte Rohr nicht auf, ne? Mhm. Hau da nix fast gleich weg, Mann. Nachladen, Fikito. Leck mich doch am Arsch, Alter. Kommen sogar Cyborgs bis nach hinten zu mir. Was soll denn die Scheiße? Alles nur, weil ihr vorne keine Cyborgs händeln könnt, Alter. Was soll denn das? Du einfach fett bist. Genau deswegen. Hinter dir. Okay, hinter dir nicht mehr. Gucken wir, es wird schon wegen ihm einfach vier Sekunden warten. Der ne, weil es kaum so fett ist. Oder wenn du hier rumgeierst wie ein Eiershake, dann kann ich nix für. Ja, lass hinten den Scheiß da unten drauf. Ab zu banen. Dann auch noch. Ich schieß drauf, wenn ich ihn sehe. Bam. Hinter dir. Jetzt stellt der Typ mir Fragen über Warface. Und diesmal, wenn wir deine Nachrichten kriegen, dann schieß der FG Steam Sound. Oh. Oh, ficken. Ich goein. 3, 2, 1, 2, 1, Schieß. Irgendwie nicht One-Shot. die animation lohnt sich richtig ne sekunden 19 19 hier waren wir bei 2020 oder so was glaube ich nicht wieder mal wir haben alle 15 oder für die sehr sozial macht das war allein hier ja alle schütze wo sind sie schütze ist egal ich war aktivieren aktivieren von orangen an kanister der typ hat sich gefragt warum man sich nichts permanentes im range job kaufen kann kann man sich doch muss sie gerade erklären dass 90 prozent des contents in dem game durch random boxen passiert das wünscht man sich doch wenn es am sterben wieder mal wenn es tot dann geht man wieder bleiben ja und die du nicht nur benutzt die halbe zeit man ich hab eine laser gun du spaß das ist doch eh wieder nicht die hornet aber wenn ich sie nicht getroffen hat beide nicht getroffen ich zeige euch das ich schieße jetzt als erstes zeigen wie das geht noch das irgendwie geht er wieder zu dem gleichen das problem ist wenn ich ihnen jetzt nicht schreibe unter mir mehr nachrichten schreibt krieg ich kann man nicht den scheiß nervigen steam notification sound einfach raus machen das ich ein paar öfters geht nicht dann muss ich jetzt in das team ins team an sicherheit da ich den 20 und load screen dann muss ich in die steam einsteiger reingehen muss ich die neue steam ui wenn du steam starten willst hast du einen ladebalken auch wenn du game launch starte ich abgeben mit so einem steam logo habe ich noch nie gesehen wenn du steam das erst mal aktiviert anmachst konzentriert ich jetzt es kommt die hohe halte die schnauze das wird doch klar aber das ist auch 321 beim treffer weg damit ich bin schon ganz schön arg auf den sack als es ist von johle halle konzentriert sie auf ihren scheiß wichser man eigentlich weiß nicht wäre es einfach nur langweilig ich bin der selbe scheiße jetzt schon zum dritten mal und es ist immer noch nicht interessant hinter dir ist ein wichser nur weil du irgendeine hässliche drecks badge haben wirst du es eh keinen interessiert meine fresse gehst du mir grad auf den sack alter das finde ich voll in ordnung wenn ich auf den sack geh ja ich nicht außerdem bist du viel zu laut alter sei es nicht weiß ich glaube ich habe die umgelegt ja toll auf kabel ist es auch noch ja mal auf kabel ist raus getämpft bin alt kann was ich machen man in fünf zwei box auf die jahre hinter dir ist immer noch einer wenn du hast oder ein da waren cyborgs wir wollen irgendwie nicht er ist drücken richtig weg geholt ich hätte es komplett vermeiden können aber ich habe es einfach nicht mir doch scheißegal wieder weg oder einer ist wieder gestorben was für ein wunder ich sterb während der aktivierung vom terminal wenn wir jetzt pechern ist es verpackt sein abenteurer finde sie raus hätte sich der wichser also ich sag ich bin nicht blind und wenn rechts 321 warum wenn es über uns muss einer schießen proben ich kann der gewaß getroffen hat er schießt junge riet doch nicht die drei woche lasst mich doch reden alter so wie ich gleich und ihr könnt ihr scheiße zu zweit machen oben links hin wenn links von uns 321 hinter dir hinter mir hoch und gut ich habe eine schon da kommt der zweite wenn du hast du ok pass auf wenn du schießt das erstes dann auf den boss ich als zweites und rennen als drittes aber erst noch einmal warten ja und noch ein unter uns und ich schieß drauf warte wo ist er dann 321 bau so jetzt kommen noch mal dicker laser und dann let's go band du schießt die erste dann ab auf den boss komm 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 sie ist schieß sie schießt müssen wir nicht warten ja warten aber der wird einmal flemmen achtung hinter dir weil ich jetzt nicht wie oft ich geäunt hab du hast schon dreimal ok bitte schießt nice auf der hopp good game boys good game das überlappt auch gar nicht also diese aber hey wir haben eine cutscene auf schwer wie auch immer wieder ist sie nicht da kann es sein ja es ist einfach manchmal es ist wie blackwood also mit diesen 30 schuss geht die auch richtig geil ab wenn du voll dran bist hat am meisten dps im gesamten spiel glaube ich das ist eine ok wir haben fast die gleiche schütte ja tun wir leid ich hätte besser sein ja ich habe wenigstens nur zu borten finde ich auch gut ihr braucht egal keine moni also was versuch ich da überhaupt das ist das geile bei dem motto brauchst nie moni wenn du dir auch noch eine atlas besser oder wo das ist ein wunderschöne batch mal gucken mal gucken mal gucken